magisches schloss hallo meine lieben freunde ich bin's die rene ich warte auf steffi wir wollen mit ihr baden gehen hallo steffi wow hast du ein cooles einhorn danke schön und ich mag dein flamingo na danke ich werde mit dem heute baden was für ein schönes boot das sieht ja richtig toll aus hey wer seid ihr was wollt ihr das ist mein boot was meinst du dein boot wo steht denn das geschrieben na da auf dem boot steht mein name seht ihr barbie ich bin steffi barbie aber wir können nicht lesen wie bitte ihr zwei könnt nicht lesen steffi hast du das gehört wir müssen den zwei unbedingt lesen beibringen das werden wir ratzfatz hinbekommen also dann macht es euch mal bequem wir fangen an erster buchstabe ha nächster buchstabe u u und t t t und zusammen hut 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 ich habe hier noch mehr buchstaben für euch damit könnt ihr verschiedene wörter zusammenlegen ha 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 so viele buchstaben ha ha das macht voll viel spaß ha 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 so viele buchstaben ha 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 caso kleine mehrjungfrau kannst du vielleicht auch nicht lesen wir werden sie beibringen? Oh, hallo Irene. Ja, sehr gerne. Irene, ich habe mir ein Wort überlegt. Wir brauchen ein R. R. Als nächstes brauchen wir ein E. Alles klar. E. Jetzt ein I. I. Ein F und ein E. F. E. Und ein N. Reifen. Reifen, wie ein Schwimmreifen. Sag mal, lesen macht ja voll viel Spaß. Oh, wie toll, ich will auch ein Wort zusammensetzen. Mädels, ihr seid richtig gute Schülerinnen. Das stimmt. Und du, kannst du schon lesen? Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.